Sie sind sparsam, platzsparend und praktisch. Moderne Kleinstwagen haben nichts mehr von Verzicht, wie es noch bei Fiat Panda oder Renault 4 war. Ganz im Gegenteil. Wer will, bekommt Klimaanlage, Sitzheizung und zahlreiche Fahrassistenzprogramme dazu. Dadurch werden die Kleinen auch langstreckentauglich und kommen aus der Zweitwagenecke heraus. Denn mit vier Türen und strammer Motorleistung von bis zu 100 PS reichen Nissan Micra, Kia, Picanto oder Toyota Aigo nüchtern betrachtet vollkommen aus. Der kleinste Toyota kostet mit der trendigen Magenta-Lackierung als XCT-Version gut 13.800 Euro. Dafür gibt es einen 72 PS Motor, drei Zylinder, ein 5-Gang-Schaltgetriebe und viel Farbe auch im Interieur. Navigation mit Apple CarPlay kostet Aufpreis einer Automatik auch. Für vier ausgewachsene Personen ist das Toyota Baby dann doch etwas eng, aber für Kurzstrecken reicht's. Den Nissan Micra in der Version Visia Plus gibt's ab gut 13.900 Euro. Auch hier werkelt ein kleiner Dreizylinder mit 0,9 Liter Hubraum und 71 PS. So mickrig wie sein Name suggeriert, ist der Fünftürer gar nicht. Vier Personen haben durchaus genug Lebensraum, der durch die serienmäßige Klimaanlage auch untergekühlt werden kann. Wer will, darf den kleinen Nissan ordentlich aufpeppen. Sonderfarben fürs Interieur oder Applikationen für Außen sind gegen Aufpreis zu haben. Und wer mit dem Micra Flot fahren möchte, sollte zum 90 PS Aggregat greifen. Der dritte im Bunde macht Hunger allein schon durch seinen Namen, Picanto. Picant ist die GT-Line des kleinen Kia mit 84 PS aus einem 1,2 Liter Vierzylinder, die ab 15.250 Euro beim Händler steht. Richtig spicy ist unsere 100 PS Version dank Turbo. Kia schmeckt seinen Zwerg ähnlich wie die Konkurrenz ab, mit frischen Farben und zahlreichen Applikationen gegen Aufpreis. Wie Toyota bietet auch Kia die Einstiegsversion unter 10.000 Euro an. Das Raumgefühl im Fond ist ähnlich eng wie beim Toyota. Wohltuend wie Kamillentee sind Kleinwagen bei der Parkplatzsuche in der Stadt. Aber auch über Land können diese drei überzeugen, denn auch längere Menschen haben vorne einen guten Sitzkoffer. Die winzigen Benziner verbrauchen kaum mehr als 6 Liter auf 100 Kilometer. Der Nissan Micra ist mit seinem vergleichsweise großen Platzangebot ein gut gemachtes kleines Auto, das im Alltag fast alle Bedürfnisse erfüllt. Wer es sportlich mag und auch vor einem harten Fahrwerk nicht zurückschreckt, der sollte zum 100 PS Picanto von Kia ergreifen. Allerdings ist er im Fond auf Langstrecken nur für Kinder erträglich. Gleiches gilt für den Toyota Aigo, der allerdings auf sportliche Ambitionen verzichtet. Man kann es ja mal probieren. Runter vom großen SUV, rein in die Kleinwagen und schon spürt man, dass weniger eben auch mehr sein kann.